Ich hab wieder Emmerisch, wie du sagst, das geht noch. Gut. Daki? Ja. Ja, keiner. Ey, wir sind dafür, sterb dich. Schuss, Galexacin, wer ist denn da? Wer hat der Klamentschen? Schnell, 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 schnell. Also, ich hab meinen Wechsel schon. Toll. Hast du wieder gespart jetzt, ne? Ist der Herr Bruder, ist Korhalteringenieur für Roter Wahn? Jo. Ach du... Schlechter, ich will nicht ans Geschütz. Ich will nicht ans Geschütz, jetzt. Abheben. Butoh, wo bist du? Ja, ich komm, ich komm. Ach verdammt. Was brauch mal? Ich wollte ans hintere Geschütz. Äh, Sanitäter in der Galaxy. Was sind diese Täter? Ja, mach ich. Galexacin. Jetzt. Nicht der Versuch, oder? Ach, ich mach das hintere Geschütz. Lass mich da an. Wo ist Galexacin? Vielleicht haben wir auch den Gleichstand, ne? Egal, ich. Weißt du. Ja. Habt ihr die Zeit schon abgedockt? Ja, du musst dich reinverlegen. Ich kann doch Echow Valley jetzt einnehmen. Ich kann doch Echow Valley jetzt einnehmen. Ich kann doch Echow Valley jetzt einnehmen. Was? Hast 3 kmh schneller ausgetestet? Wir sind auf East Revers Sky Station getroffen, ne? Lass mich. Halt! Kommande zurück. Wir müssen rechnen. Echow Valley. Echow Valley, ja. Gib Gas. Gib Gas. Dreh dich ein bisschen mehr nach links, dann schaffen wir das, wenn wir ganz quer stehen. Das sind 2 Galaxies. Sind wir wünschen, Digga. Ähm, aber... War noch eine Negativ. Alles gut. Alles gut. Gib Gas. Wir werden beschossen. Schneller. Schneller. Flieg. Ich hab schon eine Hochgeschwindigkeit drin. Es geht nicht schneller. Schneller. Das ist der Hauptpunkt. Hopp, hopp. Lass uns nicht auf die Galaxies landen. Und raus. Raus. Wir sind raus. Wir sind raus. Wir sind raus. Toa, ich bin oben auf dem Turm. Ja. Schnell zum Abpunkt. Zerb und Spawn euch da setzen. Hopp, 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 hopp. Ich bin schon tot. Ja, ich bin auch schon tot. Oh, ich auch. Das ging ja schnell. Ich bin Sunny gewesen noch. Dankeschön. Ich bin wieder tot. Nein, mich hat einer von uns gesprengt. Ja, mich auch. Mit zu viel. Mein Gott. Minji, mach doch was. Nein, nein, ich bin hier falsch. Ich spau gar nicht mehr. Ich bin tot und... Ja. Ja. Hm, war ein Versuch. Sorry. Also. Sorry, Mei. Sorry, Mei. Wir haben keine Ahnung. Haben wir A? Nein, wir haben keine Ahnung. Toll, jetzt ist wegen euch meine Galaxy kaputt. Ne. Warte, ich habe Widerbelebungskanal. Weinst du jetzt? Ja, wir haben auch Gefühle. Ja, wir haben auch gerade gemacht. Man, ich spau und bin sofort wieder immer. Und ich dachte, Galaxie-Fehner zu stürzt werden. Ich bin gefeiert... Schaffen wir es noch? Nein. Unentschieden. Unentschieden. Ja. Juhu. Wir können weiter kämpfen. Das ist ja voll unfair, Junge. Ach du Mist, warum stehe ich eigentlich mitten im freien Film? Das weiß ich nicht, wo du... Nein! Boah! Die kommen, die kommen! Oh nein! Oh kill, mit der Granate? Jetzt habe ich ihn gekillt. Ich habe sogar eine Befehle! Wir können ja weiter kämpfen, das bleibt ja offen. Jibiii. Ducky ist sehr begeistert. Dafür, dass wir eine 41%ige Führung gehabt haben. Ey, ich habe einen Preis auf Wiederbelebungsgranaten. Oh cool. Wir haben ja Emmerish, wie du sagt das, Gena? Ja schon. Ducky? Ja. Wir haben Emmerish, ne? Ach. Woll ich gerade sagen, wir haben ja Emmerish. Ducky, du hast deinen Einsatz verpasst, ich konnte die Befehle von Ruteran hören. Ja. Jetzt hat er geweint. Aber äh, äh, äh. Ich verliere nicht ins Biolabor. Ist doch egal, der Alarm ist rum. Ja, gut. Du hast den da getauscht. Du hast den da getauscht. Na, denn nach oben zu Manny. Kann man machen. Manny, Manny. Aber ich bin mal kurz auf, gar. Jo, viel Glück. Brauche ich nicht. Da müssen wir nicht, äh, äh, an analytics verteidigen. Ich kann ihm so einhängen. Okay, servus. Wir machen jetzt mal ein Biolab-Fight, dann machen wir ein Biolab-Fight. Ja, auch jetzt ist eh Wurs nach Alarm. Ja, sowieso. Mein Gott. Typisch Männer, immer gleich aufgeben. Nee, aufgeben nicht, aber... Der nächste Alarm findet sowieso nicht auf ESL-Mail statt. Weißt du das? Wenn der schon mal in der... Nee, Hossin, muss der als nächstes Abkommen, wir können schon mal ganz Hossin einnehmen, damit wenn der nächsten Alarm besser aussehen. Du kannst 99% von dem Ding haben, wir verlieren's. Na ja, ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Nee, gar nicht mehr, aber bei 99% kann man automatisch die Quote nennen, ab 94%. Klugscheißer. Also würden wir sofort den Alarm gewinnen. Das ist doch super. Ja, weil es niemand zulassen würde von den Gegnern. Wenn ich dann mit deinem Alarm stattfinde, wir sind ja nur wir. Alter, da kriegst du nur auf die Fresse. Boah, ist doch scheiße, man, die selten Claymors. Da musst du mehr auf die Claymors achten. Ja, darauf achtest du doch nicht. Doch, klar. Wir werden immer weiter zurückgedrängt. Wir machen aber noch vier Minuten, brauche ich noch Leute, und dann kann man aufhören. Vier Minuten? Vier Minuten. Das ist ja doch nicht so lange, wie du eigentlich brauchst, wolltest du. Wolltest du nicht eine Stunde aufnehmen? Habe ich nie behauptet, habe ich sowas behauptet, Jungs? Nein. Das ist doch. Nein, nein, nein. Alter, was du um Soldaten stehen, trefft keinen einzigen. Tja, Mr. Box hat heute wohl mit seinen blöden Warnow verkackt. Mr. Box? Er kennt sich nicht Mr. Box, der unter die Kommentare immer schreibt. Doch, der ist cool. Der Warnow. Hey, Mr. Box ist Terraner. Ja. Terraner? Wie jeder hier in den heutigen Video in die Kommentare schreibt. Ja, eben. Er wird es dann nächste Woche rein. Ich habe sechs. Das will keiner rissen. Wo sind denn deine Accounts denn wieder? Nein, immer noch nicht. Das ist doch. Ja. Alter, ich treff. Boah, jetzt werde ich von hinten erschossen. Einfach rauspushen, los. Das hat sicher einer geschleckt, der was gerade Medic spielt, oder? Ne? Einfach rauspushen, los. Das war sicher ein Medic, der was gesagt hat. Ne, Serberdruck ist tot. Deswegen sagt das. Hä, ich habe es nicht gesagt. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Ist das bei mir? Ja, jetzt. Däckchen! Merci. Ich danke dir. Die kuscheln gerade B. Die kuscheln B? Ne, die kuscheln. Die kuscheln. Die kuscheln mit B, weißt du? Ah, das glaube ich dir. Die kuscheln am B. Nein. Ich bin getan und habe abgeschüttet. Das ist doch scheiße. Futter, der beendet lieber als die Aufnahme. Warum? Ich bin eh schon negativ und dämme. Lappen, lappen, lappen. Ja. Das stimmt doch nix. Und dann renne sie weg, wenn ich sie anvisziere. Das ist doch blöde. Das ist doch blöde. Oh, warte, 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 warte. Und zu mir sagen, ich bin leid. Da geht ein Sanitäter mehr an der Front. Oh, doch. Da von hinten wieder. Das ist doch... Au. Danke. Tickchen, denk dran, du musst nicht aufstehen. Ja, ich weiß nicht. Uh, der kommt schon wieder, warte, 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 warte. Ja, da kommt was Böses. Ne Helfer, Alter. Tickchen. Ne, ich bin nicht mehr da. Wie, du bist nicht mehr da. Aber da ist einer. Ah, da kommt vor einer. Bist du nicht aufgarten? Dann gehen wir dann gleich weg hier. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das ist Horror. Ja, oh. Hey. Der kommt gar nicht weiter. Gleich rein ins Haus. Im Schutzbunker. Kommt echt hier, oder? Hat jemand eine Wiederlebungsgranate? Wieso? Aber was, meine sind alle? Nein, nein, nicht wiederbeleben. Wieso? Weil ich auf dem Dach ein Spawnpicken gesetzt habe. Denkst du auch mal unsere Punkte? Nein. Tickchen, ich habe dir den Feind gekillt. Den kam mir nicht. Oh, sehr freundlich. Wer will, kann da Spaß mit C4 und Granaten haben, wenn er am Dach spawnt. Ne, ich habe hier Spaß. Ich habe nur von Hellfire gekriegt. Ja, interessant. Also, wenn du wüsstest, was hier los ist, Mensch. Sehr gut, so schön wieder da. Hat jemand eine Wiederlebungsgranate? Nein. Nein. Ja, aber das soll weg. Weil sonst tot. Weil er will ja wieder nicht. Uh, der Cyber-Dog ist beschädigt. Der will nicht stehen. Ja, einen habe ich mitgenommen. Hey, der Futo ist auch wieder da. Jibbi. Der Servus will nicht wiederbelebt werden, aber bleibt gelten. Ja, ich habe 30 Sekunden auf das Bannleuchte. Ach so. Ich habe nicht getroffen, aber habe ich abgeschlossen. Au, ich ihm nicht. Er kann durchmessern, ja. Habe ich ihn getroffen? Nee, du hast mich getroffen. Ach so, scheiße, Drecksmodel. Danke. Ja, aber jetzt kommen, jetzt geht ja alle aufs Dach, oder wie sehe ich das? Aua. Nee, ich gehe aufs. Ich bin auch auf dem Dach. Das ist die ganze Zeit spawns. Äh. Das ist meine Idee. Geht's weg da. Nein, ich werde zum Wissen auch mal in grad zu B gehen, aber. Wir verlieren B und C. Nee, aber B sind ganz viele deswegen. Ach, die Kuschel-Typ ist ja da. Ja, ja. Haha, super, ein Schuss. Der eine ist, mein Lieblingskuscheltier ist Bodo davon. Ah. Ja. Ich hätte bloß mit Kuschel-Exten heute. Ich bin da und... Ah, danke schön. Wir haben grad den Kuschel-Exten-Bot raus. Ich komme jetzt vom anderen Jump-Bit auch. Äh, Twicky, weil wir mal PC vorbei sind. So, Leute, die Folgen sind jetzt durch und ich beende hier mit der Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Und Mr. Box, du kannst noch mal streiten, was ich jetzt von Warno hältst. Tö. 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 Also,... Vielen Dank.